Hallo Freunde der Blöcke, und ich falle mir das... Ja, und alle Brüllen sind dazwischen. Und hallo Minecraft-Freunde. Und wir haben es geschafft. Wir haben endlich Duffy Duff dabei. Hallo Duffy. Hallo. Ja. Über den Typen muss ich mit dir noch reden. Äh, wieso? Äh, Duffy, du bist gleich bei uns. Nur die wichtigen Leute. Ja, Skelett. Ähm, ja. Ja, aber du wurdest auch nicht erwähnt. Ha-ha. Ha-ha, ja, aber. Ha-ha. So, das Skelett, das erledigen wir mal schnell. Hey, Hallo, was ist denn von dem Werkzeug und dem Zeug? Ja, ich komme doch wieder zurück. So, darf ich genau in die Richtung, müssen wir weiter hier. So. Ich glaube, ich sollte nicht sprinten. Miros, ich habe noch zwei Keulen Hunger und du solltest mir auch mal helfen, weil ich habe die ganzen Platten und alles. Ah, ich bin am Weg mit. Warum, warum sind hier so viele Viecher? Ja, so. Okay. Duffy, ich habe auch schon eine Aufgabe für dich. Gut, äh, ja, mal, dann machst du jetzt an der Schmiede weiter hier, oder was? Haben wir eigentlich schon nicht. Achso, vielleicht sollte ich. Haben wir nichts mehr? Äh, darf ich? Doch, ich habe nur das Falsche unten gehabt. Achso, okay. Lässt sich das hier zurückverarbeiten? Ja, das ist so gut. Jetzt das und mir das. Wir haben noch, wir haben noch so, so Köpfe, oder? Wenn ich nicht verhungere, bis dahin kriegst du das erste Zeug. Ich habe ja noch mehr Köpfe, also ich habe ja auch noch einmal eine Axt und einmal eine Schaufel. Ja, 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 warte mal, warte mal, Zombie-Kopf, da habe ich doch schon mal. Äh, wir müssen die doch erst aben. Ähm, wie aben? Und dass ihr den Kopf annimmt. Oh, jetzt schlägt die doch wieder. Achso. Oh, warte, 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 Duffy, ich komme, ich komme. Oh, warte, warte, warte. Ich werde es euch auch mal wieder. So, ähm, Duffy? Guck mal, hier, Feuersteine müssten in irgendeiner Truhe sein. Musst du mal kurz reparieren. Hier, hier ist eine Spielsacke. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Äh, was, wo? Rechts von dir. Rechts von mir? Hier. Ach, da oben. So. Also muss ich sie erst einmal aben, damit das geht, ja? Ja. Geht so noch gar nicht, oder? Nein. Doch, geht. Kopf ist drauf, ja. Gut, dann kann ich damit jetzt eisen. Ja! Das heißt, ich gehe jetzt eisenfarm. Vorausgesetzt, ich finde welches. So, äh, du kommst schon nicht dafür, du gehst jetzt eisenfarm. Hier, Eisenbärbusch, hier, wir haben schon das erste Eisen hier. Heute war Duffy dran mit Essen. Ich habe gerade eingesammelt. So, das ist Aluminium-Erz. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Ich sammle gerade Seeds. So. Dann würde ich irgendwo anders kürzen. Achso, und ich brauche unbedingt Essen. Bin tot, sonst farme ich nicht lange. Hilfe, Leute, hier kommen wieder irgendwelche Biesten. Und die Karotte ist noch meine. Und die Kartoffel. Und Hilfe. Äh, da ist ein blauer Creeper. Was, ein blauer? Äh, mach weg. Das ist blauer. Hilfe. Mach weg. Warte. Warte. Ey, ich bring ihn mal mit. Äh, Autsch. Das war nicht gut. Put, 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 put. So, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Einer weniger. So, warte mal, wo? Oh, Alter, der hat ne Angel. Hilfe. Da schmeiß ich in die Luft. Äh, ja, der nicht. Mit Sicherheit nicht. Oh, ich hab nen Fisch. Ja, komm. Creeper, Creeper, Creeper. So, ne Angel. Ähm, Daffi, ich geb dir mal die Axt. Damit kannst du nicht mehr Damage machen. Okay, danke. Was war das denn? Ja, ich hab mich langen Creeper springen lassen. Echt jetzt? Ich wollte wissen, was der droppt, du Depp. Du holst den Knopf rein. Ja, Entschuldigung, ich war nicht schnell genug. Nee, das ist wirklich mal wieder ne halbe Minute Tag. Ja, und ich brauche unbedingt, äh, ich brauche unbedingt mal, ähm, Essen. Haben wir was? Sonst farme ich nicht lange. Ich hab gerade alles aufgegessen. Doch, hier, Cranberries haben wir und Fla- und Pomegranate. Ist das alles? Nee, weißt du was, dann machen wir das anders. Doch, wir haben noch Kiwis. Warte mal, nee, die Truhe nicht. Ich brauch mal ne extra Truhe, wo ich, äh, mein Zeug mal reinpacken, das kann ich ja so schon reinschmeißen hier. Mädels, wir haben hier noch Fisch. Ja, ich hab hier ein paar, paar Eisenbären reingepackt. So. Ja, den Fisch, äh, den hab ich absichtlich da reingemacht. Den will ich jetzt nicht verwenden. So, haben wir noch Platz irgendwo da oben. So, ich mach jetzt das da oben rein. Und dann werd ich mal kurz verhungern und werd ich meine Sachen wieder rausnehmen. Warte, Justin, nehm ich mir mal schön alles, falls du was dagegen hast. Muss ich noch ein bisschen hüpfen hier. Das ist seit jeher etwas endgültig. So. Äh, ja gut, schnell laufen kann ich sowieso nicht mehr. Wer ist das gelieb? Ich wollte doch mal verhungern hier. Na? Komm schon. Das ist doch nichts mehr. Hier. Meine Güte. So, und jetzt komm ich zurück. Macht der im Real Life auch so. Äh, was? Neue Diät einfach verhungern. Verhungern. Respawn tut man danach wieder. Ja, genau. Wenn ich euch irgendwie eine Feld hacke, dann will ich Weizen anfangen. Ne, äh, da brauchen wir erstmal Eisen. Aber wir haben Eisenbärbüsche gepflanzt. Das heißt, äh, die ersten drei Eisenbären sind schon in der Truhe. Die hab ich da reingemacht vorhin. So eine braucht man für einen Inget. Und, äh, wenn wir Glück haben, kriegen wir ja auch irgendwo noch ein paar Schienen oder so. Ja. Schienen. Weil die kann man ja auch einschmelzen. Ach, Schienen. What the fuck? Was war das für ein Geräusch hier aber? Na, ich hab Werkzeug gemacht. So. Okay. Ähm, ne, das war die falsche. Hier oben hab ich's doch reingepackt. So, das nehm ich mit. Ähm, will ich noch ein bisschen was zu essen? Gut. Dann, auf geht's. Bin dabei noch ein bisschen am Nahrung suchen. Am Nahrung suchen? Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Du kannst ja nochmal gerne mit diesen Silberflächen ausmachen. Appartit, kann man damit was anfangen? Nein. Nein, nicht nochmal. Ja, Mann, kann man mit Appartit was anfangen? Weißt du das? Äh, ja, Dünger kann man daraus machen. Dünger. Äh, toll. Ja, da kann auch Meter's einfach in die Brust. So, und kann man irgendjemand Fackeln machen? Hier sind so viele. Was, hier sind so viele? Jetzt sind überall, du hast so viele Fackeln. Ja, die sitzen, stehen lassen. Ne, ich brauch hier beim Buddeln, brauch ich ein Fackeln, sonst wird das ziemlich dunkel im Video. Behaupte ich mal. Ich will mal gerade gucken, ob ich's irgendwie heller stellen kann, Grafikeinstellungen. Ähm, nimm mal. Ja, du kannst von, von Brighton, die Brighton... Ja, hab ich schon, hab ich schon auf Maximum. Ähm, dann kannst du das später in-game, äh, bei der Nachbearbeitung... Als würdest du das nachbearbeiten. Ach ja. Ähm, so, so gut bin ich da nicht im Video bearbeiten, also das will ich mal festhalten. Das ist mir wirklich nicht mehr. Das gehört's. Einfach ein Filter drüber. So. Das kann selbst ja, aber. Also, die haben beide kein Video-Bearbeitungsprogramm. Ich schon. Kein Vernünftiges, jedenfalls. Naja, gut, das, was ich jetzt hab, ist gar... Es scheint recht vernünftig zu sein. Das ist so... Irgendwo mal Eisen kommen. Bin halt nicht sehr begabt. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich hier überhaupt tun soll. Hat eigentlich einer von euch mal irgendwo Eisen gesehen? Äh, Farmen! Geh Futter suchen! Ja, okay, ich geh mit Duffy jetzt Futter suchen. Ja, oder geh Bienenstöcke suchen, oder was weiß ich, dass wir später noch Honig haben und sowas. Ähm, wie, äh, wie... Dingst man Bienenstöcke haben? Da brauchst du einen Kescher. Da brauchst du einen Kescher. Könnt ihr mir einen craften? Ähm, du machst das, ähm... Oh, wie ging das nochmal? Du gibst unten in der Suchleiste Kescher ein und machst und drückst, erhältst drüber und drückst, äh, oder stellst das Ganze, stellst deinen Latina of Items sowieso auf Rezeptmodus. Ich hab hier ein bisschen Kohle, das heißt, ich werd mir jetzt erstmal gleich ein paar Fackeln machen, bevor ich hier die Höhe noch verändere von Dings, weil sonst spawnt nicht so viel. Ach Mensch, mir doch seine komischen Eisenfische machen Schaden. Äh, ja, dann musst du dran vorbeilaufen. Und nicht drüber laufen. Macht aber keinen Spaß. Äh, ist klar. Okay, hast recht. Halt, ich... Ich hab's gerade ausprobiert. Ich brauche Sex und Wolle. Haben wir eben wie hier ein Schaf? Da ist ein Schaf, das ist bei Gewalt. So, haben wir Holz? Wir hatten doch... Hey, Mieter ist der Blut. Was, äh, ist der? Der hat gesagt, ich vergewohltätige das Schaf gerade. Äh, Igitt, wie bist du denn drauf? Ich brauchte Wolle. Ermo Jung und brauchte das Geld. Woll, äh, vergewohltätige... Nee. Ich bin ein Leid, Mieter. Mieter ist ermo Jung und brauchte das Geld. So, jeden Gang, den werd ich mal verbreitern. Dass wir hier jetzt sauber dran vorbeigehen können. Wofür braucht ihr Blei? Äh, keine Ahnung. So, wir haben mal noch Eisenbären. Das ist gut. Papi, du bist doch so ein Intelligenzbolzen. Wofür brauchen wir Blei? Intelligenzbolzen? Ja, damit kannst du zum Beispiel Energieleitungen bauen. Genau. Hey, hier geht's alles nicht an. Oder, ähm... Hä? Ich hab ne Fackel gerade gesetzt. Äh, Leute, wer von euch ist unsichtbar? Ich hab ja keine Kohle ab neben mir. Äh, wieso? Siehst du mich echt nicht? Nein. Du müsstest mich aber sehen. Ich seh dich auch im Moment. Ist bei mir nicht da. Okay. Ja. Ich bin aber nicht im Vanish. Ach, ne Vanish gibt's hier ja auch gar nicht. Ne, ich bin sichtbar. Ich will jetzt nur einmal verrecken. So, ja, mal wenn du Eisen siehst, sagst bitte Bescheid, ja? Dann mach ich ne Spitzhacke draus. Und die abbe ich dann mit dem Freeperkopf. Ja, erstmal müssen wir das Ding erstmal kriegen. Das Eisen. Das heißt, äh, ich hab die Spitzhacke entsprechend. Ey, ich hab Kupfer gefunden. So. Glaubst du, ich mach dir was, was ich nicht hab? Ähm, haben wir noch Kupfer? Weil ich müsste dann reparieren noch. Also, ich seh hier grad, ich sterbe gerade neben nem Kupferblock. Falls wer fragt. Warum machst du Kupferflecke? Nein, ich stehe hier nach, neben Kupfererz daneben. Ja, und lass noch Kupferblock machen, dann verbrauchst du weniger Platz in der Truhe. Ich hab grad Kupfererz gefunden wieder. Ja, das kannst du ja abbauen. Wir brauchen Eisenerz. Ja, abgebaut, da braucht man doch auch, ach so, ja, mit der Hand. Ach, und ich bin gleich tot. Okay, viel Spaß. Ähm, ja, dann, äh, macht seine Sachen in die Truhe, obwohl, das geht... Miros, wir könnten ja auf Hardcore-Modus stellen. Ja, dann stirbt er, äh, der wird dann vom Zauber gebannt. Und wenn alle gestorben sind, äh, wird die Welt gelöscht. Äh, nein. Nein, nein, machen wir nicht. Wär nicht so toll. Warum? Nein! Dann wird, äh, Metas braucht ein Projekt für sich. Ähm. Da muss man sich halt mal anstrengen, nicht zu sterben. Ah, Eisen gefunden! Eisen gefunden, endlich! So, ich mach mal F7 an. Genau, das habe ich nämlich schon fast gedacht. Eisen wäre die drei Pilze, wie sowieso keiner. So, und ich gehe jetzt erstmal meine Pickaxe reparieren. Kupfer hatten wir ja noch, ne? Ja, mal hast du hier den Block weggenommen? Glaube ich ja voll nicht. Wir müssen doch hier irgendwie hochkommen, Leute. Geh hier mal gar nicht. Miros, ich hab noch drei Keulen. Zweieinhalb, zwei Keulen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich noch so lange überlebe. Ach, tust du schon. So. Zumal der Ofen gerade voll ist. Den müsste mal jemand entleeren. Ähm. Ja, dann muss er das Zeug mal rausholen. Ähm, wie fange ich jetzt die Bienen, wenn ich welche sehe? Eisen. Wollen wir die Eisenbären? Du, noch nicht. Die machen wir dann. Gehen die eigentlich auch in den Ofen, die Eisenbären? Ja, die gehen auch in den Ofen. Das heißt, warte mal, ich mache hier gerade Mist. Äh, ich schmeiß mal das hier rein, da kriegen wir nämlich mehr Eisen raus. Ja. Daffi, schau mir mal an. Richtig cool aus. Ne, Eisenbären, doch, gehen rein. So. Ich bin jetzt auch ein kleiner Daffi, ich hab auch so einen coolen Helm. Warte. Hallo. Ich schmeiß jetzt alles mal nach. Einen, einen Platz brauchen wir noch. So, hier ist ein Bienenstock, was mache ich jetzt da mit Metos? Äh, Bienenstock, hast du einen Kescher? Ja. Ja, äh, Linksklick, solange du es abgebaut hast. Okay. Ah. Dann kriegst du Bienen raus. Ja, und, 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 und. Gewöhnliche Wabe. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Das brauchen wir ziemlich lange. Ich mache in der Zeit noch ein paar Fackeln. Okay. Okay, das verbrennt jetzt umsonst, aber das ist mir jetzt auch real. Ähm. Mystische Drohne habe ich hier. Ja, so, dass wir genügend Fackeln zum Buddeln haben dann. Ach, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Haben wir hier irgendwo Kupferbarren? Ja. Oh. Aber Meter, äh, ja, haben wir in der Kiste haben wir Kupferbarren. Auch gefunden. Weil ich muss, ich muss das reparieren. Ich habe eine Bienenkönigin. Spitzsacke. Könnt ihr mir versprechen, mein Grab nicht zu schämen? Mal gegen 10 Euro, bestimmt. Ach, das gebe ich dir dann, naja. Der dann. Okay. So, ähm. Sehr gut, das geht da nicht halten. Leute, wir brauchen mehr Truhen. Ach, die kleinen Mini-Zombies. Was hast du gegen die? Die sind doch lieb. Nicht wirklich. Die brennen sogar nicht. So, ähm, warte mal, ich habe hier noch einen Eisennugget. Ach, Meter, Meter. So, das schmeißen wir noch dabei. Ja, bitte. Meter, Meter. Du wolltest doch die Zuschauer das fragen, oder? Ähm, was wollte ich fragen? Ähm, dann wenn man M drückt und Wegpunkte und dann... Ach so, genau. Äh, und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich ja über die Wegpunkte, die man sich eingetragen hat, ähm, sozusagen teleportieren kann zu den einzelnen Punkten zurück. Ich meine, äh, also da haben Yama und ich drüber nachgedacht. Man muss ja erst einmal den Weg sowieso mal gelaufen sein. Und, äh, jetzt ist die Frage an euch. Äh, erlaubt ihr es uns, dass wir uns zu den einzelnen Wegpunkten, die wir uns machen? Wenn wir uns gesetzt haben, hin teleportieren. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, äh, behaltet es vor euch. Nein, dürft ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Nee, du erlaubst den Zuschauern zu viel. Äh, was? Ich erlaube den Zuschauern nicht zu viel, sondern das, was richtig ist. Ich meine, die Zuschauer, die sind ja immerhin Teil des Ganzen und die sollen das schon mitentscheiden. So ein kleines Zuschauerchen. So ein kleines Zuschauerchen, sagt er. Halt, hier ist doch schon eine Fackel. Schon wieder so ein Viech. Kann sich bitte irgendeiner um diese Kunde Silberfische kümmern, die nerven? Ähm, ich hau hier gerade welche weg. Meine besten Freunde. Hier kommen ständig neue. Nein, das sind die hier. Wo ich hier zugebaut habe, damit der Typ sich nicht retten kann. Ich weiß gar nicht, wo du bist. So, ich hab noch Eisen gefunden. Ähm, mit dem Eisen könnt ihr da vielleicht jetzt mal so eine Hole machen. Weil die kann man nämlich auf normale Weise noch craften. Wo genau ich bin, weiß ich selbst nicht. Aber ich weiß bloß, wo sie sind. Hier unten. Bring erstmal ein bisschen... Oh, wo kommt der denn her? Äh, von hinten. Äh, ja, so in etwa, das hatte ich mir auch schon gedacht. Oh, kriege auch von hinten, ne? Irgendwo hier ist, äh, die Möglichkeit für die zu spawnen. Aber hier ist doch heil genug eigentlich. Hier an der Seite ist Kupfer ohne Ende. Ja, Kupfer, Kupfer werden wir noch reichlich finden. Wichtig ist erstmal Eisen. Äh, nein, der Server hängt gerade nicht irgendwie. Ähm. Ne, bei mir nicht. Doch, der hat gerade gehangen. Bei mir kam auch wieder ein kleiner Leck. Bei mir nicht. Ey, 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 hau ab, du Viech. Lass das. Ja, der hostet den wahrscheinlich auch über seinen eigenen PC. Nein, das ist ein 24-7-Server. Ich dachte, du lässt dein PC 24-7 online. Ja, und dann habe ich eine Domain drauf liegen, bestimmt. Ja, klar. Sollst du alles geben? Oh, 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 Hilfe, Hilfe, Leute, kommt schnell zu mir, ihr müsst mich retten. Ihr müsst, ne, ihr müsst mich nicht retten, ich hab's getötet. Oh, dir. Ich hab dir Schuhe. Ich hab Silbernuggets. Schauen wir das auf mich. Wie viele sind denn hier davon? Viele. Na, Metas, das ist halt Hardcore. Äh, nein, das sollte nicht Hardcore sein. Nein, der Spielmodus ist nicht Hardcore, der ist auf easy. Achso. Okay. Und warum kommen dann so viele Viecher davon? Naja, das sind nicht viele, das soll ich mal schwer stellen, dann weißt du was. Nein, 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 das lassen wir lieber. Ich kann wieder Baumwolle pflücken. Ähm, irgendwas schießt doch hier. Ich kann wieder Baumwolle pflücken. Das sollte auch eine Anspielung sein, falls du fragen. Ich hab doch gerade hier was schießen gehört, ich bin doch nicht blöd. Hä, was meinst du denn mit, ähm, ich kann wieder Baumwolle pflücken? Hm. Metas, was meint er? Ach, fuck, dann hab ich ja eigentlich noch genug. So, ähm, was? Was meint er mit, ich kann wieder Baumwolle pflücken? Ah, nein! Ja, wahrscheinlich hat er irgendwo Baumwollbüsche oder sowas hingetan. Was hast du denn? Pflanzt er sowas? Böse Wölfe, böse Wölfe, böse Wölfe, böse Wölfe. Oh, gucky, gucky, gucky. Wie denn böse Wölfe? Böse Wölfe. Na ja. Böse Wölfe. Mäh, da, ich trink grad Blaubeeren-Saft und ich hab Hunger. Okay, ja, Hunger hab ich auch. Hilft nur nix. Wir haben keinen... Alter, jetzt hab ich nicht aufgefallen, ist schon wieder so fisch. Trittmann? So. Äh, was? Wie macht man Blaubeeren-Saft? Äh, da brauchst du n' Chooser. Wie macht man das? N' Chooser und n' Dings ins Crafting-Feld, ins ganz normale. Also bei deinem Inventar kannst du das auch machen und dann hast du Saft. Liegt nur so Ruhe. Halt ne ganze Keule. N welcher? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. So. Hier wieder raus. Oh, Mist, Mist, wie ich... Hau ab, stirb! Oh, nö, heut nicht. Gibt's ja wohl nicht. Dich mein ich doch gar nicht. So. Ich hätte die Schaufel bei mir behalten sollen, ich blöd, Mann. Heißt das, ich darf auf ewig weiterleben? Ähm, halt, Moment mal. Ich hör doch alles hier feine, oder bin ich blöd? Ähm... Oh, ha, jetzt kommen ja noch mehr hier. Jetzt kommen ja noch mehr hier. Hau ab, hau ab, hau ab, stirb! Ich fände ins Rösel nicht. Willst du wirklich eine Antwort? Ich finde das bedingstens nicht. Äh, 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 wo kommen denn die alle her, verdammt? Nee, klapp mich mal ab. Das ist ja unerträglich. Zeig, zeig. So, wieder... Jetzt nichts, was irgendwie aussieht? Irgendwo schießen hier doch haufenweise von Pfeilen. Oh. Warte, ich schmeiß es dir hin. Danke. Ich bin doch nicht blöd. Doch. Ich glaub, hier ist irgendwo so ein Pfeilspawner. Alter, es werden ja immer mehr. Ist ja jetzt in jedem Stein einer dran. Oh, hier ist böser, hier ist böser. Gefährlich, 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 gefährlich. Stopp, 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 du Viech. Oh, noch mehr. Ja, ja, äh, ich muss, ich muss hier raus. Das war schnell. Ich rufe, will niemand hören. Ah, die Klappe. Mervus, wir freuen uns, wenn du stirbst. Ja, nee, ist klar. Hast du Schmerzen? Juhu, Schmerzen. Ja, nee, ist klar. Ich muss hier raus. Ich brauche Essen oder gleich tot. Aha. Findest du wohl auch noch witzig? Natürlich. Das kann nur ein Jammer sein. Das war Dank. Übrigens, ich habe jetzt eine König... eine Bienenkönigin mitgebracht. Ja, Mann, ich brauche noch eine Spitzhacke, damit ich mein Zeug wiederholen kann. Ich kann mal damit meine. Ich habe mir fast zerstört, falls du willst. Wo bist denn du gestorben? Ähm, unten. Da, wo ich gebuddelt habe. Ja, wo denn? Da, wo ich gebuddelt habe, Mensch, das Keller ist. Im Keller. Ich muss dir nicht, musst du mir zeigen. Bei den, äh, bei diesen Bären, äh, Eisenbären vorbei. Eisenbärbüschen. Welcher Depp hat jetzt das Blut unten hingetragen? So, äh, kann mir einer eine Spitzhacke leihen? Hallo, mein Haus. Ja, ihr kriegt meine. Ähm, ihr habt schon. Ich brauche ja bloß eine, kurz. Gut, wusste ich, dass du die lieber von jemand anders als von deinem Ärmel hast. Ja, ha, 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 ha. Jetzt greitet er mir das auch noch an. So. Ha. So, habe ich meine Sachen wieder. So, ähm, ich bringe dir die Pickaxe wieder. Oh, okay. Und das schön ist, ich habe Eisen, äh, Diamantstiefel gekriegt. Ja, ha. Und ich habe eine Enderperle gekriegt. Ach so, wenn man Enderlilies kriegt, die brauchen wir auch. Da kriegen wir ganz viele Perlen raus. Enderlilies, 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 Enderlilies. Wo ist die? So, und dann brauche ich nochmal Kupfer. Er kann keinen Hacke gekraftet haben. Hatten wir nicht hier irgendwo Kupfer? Wo ist denn das Kupfer hin? Hallo? Hab ich. Gib mir mal bitte. Nicht hier. Danke. Ich bin mal schnell sterben. Ich habe wieder eine Eisenbäre. Ah, okay. Alter, das war der Falsche. Den brauche ich. So, das einmal und, äh, dann, 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 wo ist das Kupfer? Da. Wie machen wir was mit Eisenbären? Mir das? Lass mich raten. Ich soll jetzt so ein... Guck, wir kriegen wir ihn noch reichlich. ...dinge nicht machen. So ein... Eisenbären sichert Eisen. Ja, ich habe auch Eisenbären. Hier in die Schmelzerei rein, da kriegen wir mehr Eisen raus. Ich habe hier ein Eisenbären. Ach so. Äh, ja, mach mal einen Trichter, dass wir das Eisen alle da rein machen können. Äh, ich schmeiß das erstmal hier oben rein. Wir haben nicht genug Eisen. Ja, da wird noch einiges kommen. Äh, ich... Soll ich jetzt zum Formenzeug machen, oder soll ich... Ähm... Weil wenn, würde ich jetzt einen Mattock machen? Was? Äh, Mattock? Was? Ähm, hier, äh, Mattock. Da steht dabei, der Karton Mattock ist... Ach so, das Ding, was beides... Nee, dafür brauchen wir, äh, die erste, diesen anderen Tisch. Diesen anderen Werkzeugtisch. Die Werkzeugesse. Hier steht schon drin, Mattock. Oder, na gut, ein Werkzeugesse. Ja, das geht aber damit nicht. Das geht damit nicht. Steht zwar drin, aber es geht damit nicht. Ja, wir haben genug Duralminium dafür. Guck mal, Benutzung. Weil das habe ich nämlich schon bei Agrarian Skies festgestellt. Ähm, brauchen wir versenkte Ziegel, drei Stück. Das bedeutet, äh... Mörtel haben wir doch. Da müssen auch versenkte Ziegel sein, in irgendeiner Truhe. Musst mal gucken. Ich hatte da irgendwo was reingemacht. Ah ja. Na, Vorsicht, dass hier nicht wieder... Eins, zwei, drei. Die kommen nämlich immer ganz unerwartet, die Mistviecher. So, hab ich F7 eigentlich noch an? Das ist Werkzeugstation. Medus, ich klau mir mal die Werkzeugstation. Ja, hatte ich noch an. Okay, bitte was? Was machst du mit der Werkzeugstation? Vercraften. Vercraften? Nicht dein Ernst? Doch. Äh, wie, 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 wie denn verkraften? Wir haben jetzt hier eine Werkzeugessen. Wie hast denn die gemacht? Oh, warte mal. Na, aus Duralminium. Ich höre doch schon wieder diese blöden Pfeile. Ich finde das Ding noch. Duralminium funktioniert genauso wie, ähm... Na, wie meist schon was. Gold. Sobald ich ein bisschen näher komme. Das muss in dieser Richtung sein, wenn wir los sind. Äh, ich glaube, Ongel hat gerade ein kleines Problem. Äh, german, germanisches Video hat gerade ein kleines Problem. Und welches? Moment. Oh, ne, ne, ne. Hier ist es noch ein Name. Wie ist das Kopf auf? Ähm, ich hatte nur kurz ein paar Leute mitgebracht. Die wollt ihr euch mal vorstellen. Aber wie, äh, wie ich sehe, sind die nicht so am Tag, Tag aktiv. Die haben auf einmal gebrannt und dann sind sie gestorben. Das ist ja wie bei mir. Du stirbst auch am Tag. Oh, schon wieder so ein Viech. Wo kamen denn die alle her? Das gibt's ja nicht wie viele. Gibt's denn davon? Ich krieg nichts mehr so gut. Alter, Schwede. Oh, 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 oh. Ganz viele, ganz viele. Hilfe. Hilfe, Leute. Hilfe. Hört ihr mal wieder mehr? Ich weiß nicht. Ja, ich brauch mal Hilfe. Und zwar dringend hier unten. Hui. Äh, bitte rein. Ich bin gleich tot. Bin tot. Alter Schwede. Wäre das Kampen mit Silberfisch geröstet? Ja. Wissen wir, wie Silberfische ihre... Wird es mit einem Silberfisch geröstet? Ja. Lecker. Das war... Das war übel. Das war übel. Ich hab euch gesagt, ich bin an Gefahr. Aber keiner hört mich. Ich brauch gleich mal eine Axt, weil ich die Fiecher unten tothauen muss. Peter, du bist uns scheißegal. Ohne Pickaxe brauch ich. Das war mir so klar. Warte mal, war das jetzt dieses Huttchen? Was? Ah, nee, das ist Holz. Wie heißt denn dieses... War das dieses komische... Das ist Güte? Ähm, das kannst du eigentlich an dem Teil erkennen. Ja, aber das kann man doch schon auf dem kleinen, auf dem normalen machen, dieses Smart Talk, was ich machen wollte, wo du gesagt hast. Äh, nein, kannst du nicht. Doch, kann man. Es wird nur gezeigt, du kannst es nicht machen. Das da brauchst du. Ich hab's alles. Das wird zwar gezeigt, aber du kannst es nicht machen, das hab ich schon bei Grand Skies festgestellt. Dass es nicht ging. Natürlich streiten wir uns. Hier ist es noch zu dunkel. So. Hahaha. Okay. Ähm. Ich will mal gerade gucken, wie lange nehmen wir denn schon auf hier? Äh. Okay. Ich würde sagen, das reicht. Wir haben hier 26 Minuten voll. Halt, ich bin gerade dabei, das herzustellen. Das wartest du noch ab. Das war mir so klar. Ja, klar. Bei Yama muss man bei Minute Einschatz sagen, wir beenden die Folge. Damit sind wir noch pünktlich fertig. Hahaha. Dann hab ich auch noch nicht angefangen. So. Medus, du hast eine Breithacke. Okay. Äh. Wundervoll. Wie viel Damage machten die? Äh. Auf mich kaum. Sechs Angriffsscheiden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Damit kann ich die Viecher putthauen. Okay. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Ja, auch von meiner Seite her. Wuschel, die Wookies. Lass eine Bewertung da. Die Kanäle finden Sie alle in der Videobeschreibung. Und tschau sein. Tschau.